Ich bin's wieder, der Lucky Guru. Servus. Heute zeige ich euch mal, wie ich so wohnen mein Zuhause. Schaut mal her. Das hat er mal selber gebaut. Das ist noch von der Silvester, die ganzen Raketenstangen, die habe ich zusammengebunden. Und die erfüllen auch ihren Zweck. Also jeder erfüllt hier sozusagen seinen Zweck. Das ist meine Behausung. Also so nennen es viele. Da habe ich richtige Baumrinde rumgemacht da. Von der Martha. Die hat es einfach abgeworfen. Wie eine Schlange. Aber Schlange ist ja hinterhältig. Die Martha nicht. Schaut mal her. Das ist der Wahnsinn. Ist das schön? Wahnsinn. Machen wir Selfie, oder? Hey. Ist das der Wahnsinn. Warte mal. So, jetzt. Da schaut es mal her. Wahnsinn, oder? Da kommt dann kein Wasser durch. Ich habe direkt an der Stelle, ich habe auch Moos gesetzt. Hier habe ich Moos weggemacht. Weil, wenn es regnet, dann saugt sich das Moos als erstes voll. So, jetzt. Ja, das ist meine Behausung. Das ist meine Wohnung. Da bin ich zu Hause. Da schaut es mal her. Ja. Schauen wir es mal irgendwie. Ist das der Wahnsinn? An der Merlinde hoch. Da. Der Himmel ist halt nicht ganz so blau wie gestern. Aber überall treibt es der Frühling. Lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Sozusagen. Oh, schau her. Da. Das. Da. Sieht man da. Schau her. Die kleine Glaskugel da. Schau her. Da. Eine Batterie. Das ist so. Das, was ich mal zusammengebaut habe. In der letzten Zeit. Jetzt gehen wir mal rein, oder? Dann kommt es mit. Ah. Jetzt. Und, was sagt es hier? Ist das nicht abgefahren, ha? Ah, Wahnsinn. Da lässt es sich aushalten. Da, hier. In meiner Hütte. Um mich herum. Da, schaut es hier. Der Wind kommt jetzt oft vom Osten. Und weil er vom Osten kommt, habe ich mich direkt von diesem Baum gepflanzt. Für den habe ich keinen Namen. Den habe ich hier eigentlich noch nie gesehen, aber der gibt mir jetzt einfach Kraft. Und jetzt gerade in der Zeit, jetzt habe ich gehört, irgendwie, wie gesagt, dass die Leute irgendwie wenig unterwegs sind. Ich merke das auch. Wegen irgendeinem Virus oder irgendwas. Ah. Ebenfalls. Jetzt muss man irgendwie auch im Gesamten mal sehen, oder? Dann lasst da, dass ihr seht, was ich mir hier gebaut habe. Was sagt ihr? Jetzt werde ich euch fragen, wie lange hat er das gebraucht? Wie lange hat er das gemacht? Entschuldige. Wie lange hat er das jetzt gemacht? Jetzt ist es noch nicht so alt. Da kann man sich jetzt nicht so ganz so anlehnen. Wie lange hat er jetzt da gebraucht? Wie lange hat er das gemacht? Irgendwie. Ja, ich bin schon seit über 15 Jahren hier im Wald. Und das habe ich mir aus meinen eigenen Mitteln, also mit dem, was ich irgendwie, was jeder von uns kann. Jeder kann in den Wald gehen und sich seine Hütten bauen. Da, Schatz. Man kann es gar nicht oft genug zeigen, wie großartig das alles ist. Ich gehe es einfach mal drum herum. Der Blick von oben Jetzt gehen wir noch mal rein, oder? Ja. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ist das der Wahnsinn, oder? Absolut beschützt vor jedem Virus, vor den Menschen vor allen Dingen. Weil die tun mir am meisten weh. Macht es so wie ich, bleib es zu Hause.